Herzlich willkommen auf KymarTV, ich bin es wieder, euer Philipp. Wir sind heute in unserer Werkstatt unterwegs und wir haben ein Thema, was auch die Werkstatt ein bisschen betrifft. Heute nämlich geht es um das Thema Serviceintervalle, Wartungsintervalle, Garantien, wie das abläuft grundsätzlich, was ihr für Garantien, worauf habt. Und genau das behandeln wir heute in diesem Video, da gehen wir einfach mal drauf ein. Vor allem auch, wie es bei uns ist. Das Video ist natürlich auch für diejenigen gedacht, die sich gerade bei uns ein Fahrzeug gekauft haben, es ausgeliefert wurde und jetzt vielleicht noch die ein oder andere Unsicherheit haben, wie sie in welchem Fall denn dann umgehen sollen, können, müssen und so weiter. Das sind drei Aspekte aufgegliedert. Wir haben natürlich einmal, oder ich würde sagen vier Aspekte tatsächlich. Wir haben einmal das Chassis, also das Fahrzeug, das ihr fahrt, beispielsweise Mercedes, Fiat, Citroën, Ford oder Opel. Dann haben wir die Aufbaugarantie, was kriegt ihr denn oder was habt ihr für eine Garantie auf den Fahrzeugaufbau. Dann noch eine Dichtigkeitsgarantie, dafür müsst ihr eine Dichtigkeitsprüfung machen und ihr müsst auch alle zwei Jahre, das ist gesetzlich vorgeschrieben, auch noch eine Gasprüfung machen. Das alles behandeln wir heute in diesem Video. Das wird jetzt ein bisschen theoretisch. Also für diejenigen, die es interessiert, bleibt gerne dran und für den Rest, ihr könnt euch hier oben ein anderes Video anschauen. So, gehen wir jetzt mal davon aus, ihr habt ein Wohnmobil jetzt gekauft, beispielsweise jetzt auch bei uns. Wir handhaben es wie viele Händler auch da draußen, also für viele von euch wird es wahrscheinlich auch relevant sein. Und ihr habt jetzt Fragen zur Garantie. Grundsätzlich gilt, wie beim normalen Pkw auch, bei Fahrzeugen für unter 3,5 Tonnen müsst ihr die nächste Hauptuntersuchung, also den sogenannten TÜV, erst in drei Jahren machen. Und dann alle zwei Jahre, also bei einem Neufahrzeug, ansonsten typisch alle zwei Jahre. Wir schauen immer, dass wir auch immer auf dem aktuellen Stand sind und mindestens ein Jahr nochmal auf unsere nächste Hauptuntersuchung bei unseren Gebrauchtwagen haben. Bei Fahrzeugen über 3,5 Tonnen bis zu 7,5 Tonnen müsst ihr die Hauptuntersuchung, also den TÜV, jedes Jahr machen. Das ist halt einfach der Unterschied, den ihr da schon mal habt. Dann ist es so, jetzt habt ihr einen Garantiefall, der vielleicht für euer Chassis in Frage kommt. Und wir zum Beispiel sind kein Chassis-Ansprechpartner, also kein Chassis-Servicepartner. Das heißt, wir haben keine Mercedes-Vertragswerkstatt bei uns und wir haben keine Fiat-Vertragswerkstatt bei uns. Heißt aber trotzdem, wir arbeiten damit mit Fiat- und Mercedes-Vertragswerkstätten in der Umgebung, sowohl in Mannheim als auch in Wertheim, sehr, sehr eng miteinander zusammen. Das heißt, wenn mal wirklich was ist, kann man auch gerne mit uns gemeinsam eine Verbringung organisieren. Die Fahrtkosten zu dem einzelnen Servicepartner würden wir dann im Rahmen der Garantie auch tragen. Anders sieht es natürlich aus, wenn es kein Garantiefall ist, dann müsstet ihr das selber zahlen. Das heißt, wenn ihr mal wirklich nur einen Fall habt, den nur das Chassis betrifft, und das ist bei ganz vielen Wohnmobilherstellern ähnlich, dann schaut bitte darauf, dass ihr das Fahrzeug dann auch zum Chassis-Hersteller bringt. Wir können nämlich keine Garantiearbeiten für beispielsweise Fiat, Mercedes, Ford oder Opel ausführen. Wir arbeiten selbst da auch mit anderen Partnern zusammen und verbringen dann die Fahrzeuge dorthin, dass diese Arbeiten ausgeführt werden. Wie schon gesagt, im Rahmen der Garantie kriegen wir das mit den Fahrtkosten hin. Wenn es nicht im Rahmen der Garantie ist, müsstet ihr das selber zahlen. Deswegen, wenn ihr einen Garantiefall habt, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, was das Fahrzeug betrifft, dann geht auch bitte dafür in eine Vertragswerkstatt, die das Ganze betrifft. Ihr dürft natürlich aber auch gerne sowohl in Mannheim als auch in Wertheim bei uns anrufen, dass wir da ein bisschen korrespondieren und auch helfen. Wir sind da gerne für unsere Kunden da, was das Thema angeht. Soviel zum Thema Garantie, was die Chassis-Hersteller angeht. Wir haben natürlich dort auch Serviceintervalle. Also, seid mir nicht böse, dass ich das ein oder andere nachlesen muss. Das ist sehr kompliziert, weil es von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist. Ich habe mir das aber notiert oder rausfinden lassen über die Werkstatt, auch wie es dann tatsächlich ist. Bei Fiat oder Citroën werden ja im gleichen Werk gebaut. Da haben wir ein Serviceintervall von allen 48.000 Kilometern oder alle zwei Jahre. Also je nachdem, was vorher eintritt. Im Normalfall solltet ihr da auch eine Benachrichtigung im Bordcomputer bekommen. Wenn nicht, könnt ihr euch es im Internet nochmal anschauen. Wir werden euch das auch alles einblenden und auch in der Videobeschreibung noch nochmal eine kleine Auflistung geben, wie das dann ungefähr vonstatten geht. Bei Mercedes ist es alle 60.000 Kilometer, alle zwei Jahre. Doch bei Mercedes ist es ein bisschen variabel. Je nachdem, wie das Fahrzeug bewegt wird. Das heißt, wenn ihr viele Kurzstrecken macht, verkürzt sich dieses Intervall beispielsweise. Weil natürlich Motor an, Motor aus in kurzen Zeitabständen dann auch eine größere Belastung für den Motor und auch fürs Öl bedeutet. Wie das jetzt technisch genau aussieht, will ich euch jetzt damit nicht erklären. Ich sage einfach nur, dass das nach Fahrverhalten einfach ein bisschen differenzieren kann. Aber bei Mercedes ist es so, dass ihr es im Bordcomputer auf jeden Fall dann auch angezeigt bekommt, wann denn der Service wirklich fällig ist. Oder beispielsweise auch hier wieder das Thema zwei Jahre. Das heißt, 60.000 Kilometer oder zwei Jahre. Bei Opel, zum Beispiel unsere Crosscams sind jetzt alle auf Opel. Da haben wir alle 30.000 Kilometer oder innerhalb von einem Jahr. Da merkt man schon, dass wir da im PKW-Bereich sind. Und da nochmal eine kleinere Spanne beim Serviceintervall dann auch gemacht wird. Beim Ford sieht es ähnlich aus. Da haben wir alle 40.000 Kilometer oder alle zwei Jahre. Dann wisst ihr dahingehend schon mal Bescheid. Bei dem Garantiefall, der für den Aufbau eintritt, das heißt alles Chassis-Unrelevante. Also ihr müsst es einfach unterscheiden. Das Chassis kommt im Werk an. Da ist der Motor dabei, da ist das Fahrwerk dabei, da sind die Räder dabei, da sind die Bremsen und, und, und. Das ist da alles mit drin. Auch alles, was das Fahrzeugchassis im Interieur betrifft. Das heißt, das Lenkrad, das Multimediasystem, das vielleicht schon vom Hersteller eingebaut ist, das ist dann alles Garantie Chassis-Hersteller. Anders ist es natürlich beim Aufbauhersteller. Das heißt, alles, was im Nachgang von der Aufbaufirma, wie beispielsweise der Firma Detlefs, der Firma Sunlight, Niesmann oder Hymer eingebaut wurde, wäre dann Garantie des Aufbauherstellers. Und würde dann schließlich auch wieder uns, in dem Fall auch uns als Firma Gymer, als Servicepartner betreffen. Das ist dann auch wieder Garantie. Auf dieses Fahrzeug, auf diesen Aufbau habt ihr bei allen Herstellern immer zwei Jahre. Eine abweichende Regelung ist jetzt aktuell noch nicht. Das heißt, ab dem Kauf eines Neufahrzeuges zwei Jahre Garantie auf Aufbau. Und bei allen anderen Chassis-Herstellern gilt eben auch diese Zwei-Jahres-Garantie. Also da haben wir eine denkungsgleiche Situation. Was wir auch gerne machen, wenn wir jetzt beispielsweise einen Garantiefall für das Chassis haben und einen Garantiefall für den Fahrzeugaufbau, dann kann man natürlich sagen, okay, wir kümmern uns um alles und schauen, dass wir es irgendwie verbringen und dass wir es auch ordentlich in der Garantie abrechnen. Das ist also gar kein Thema. Aber anders ist es. Wir haben beispielsweise nicht Kontakt zur Firma Mercedes, wenn es irgendwie um Garantiefreigaben oder sonst was geht, sondern müssen uns da auch auf unsere Partner dementsprechend verlassen, was dieses Thema angeht. Alle möglichen Servicearbeiten, Inspektionen oder sonst was außerhalb der Garantie würden wir natürlich auch gerne übernehmen. Also das machen wir auch gerne, aber trotzdem, wenn es innerhalb der Garantie ist und grundsätzlich gilt natürlich auch am besten einfach von dem Chassis-Hersteller machen lassen. Das habt ihr. Seid auf der sicheren Seite. Und meistens könnt ihr im Rahmen der Garantie auch noch prüfen, ob gewisse Sachen dann noch anfällig sind, die vielleicht im Rahmen der Garantie auch von den einzelnen Werkstätten dann noch abgewickelt werden könnten. Ein kleiner Reminder noch. Es gibt auch Unterschiede im Teilintegrierten und Integrierten. Beispielsweise ein Teilintegrierter ist ja die Fahrerhaus-Kabine komplett beim Chassis-Hersteller gefertigt worden. Das seht ihr ja auch am äußeren. Ein Mercedes Sprinter und ein Hymer Teilintegrierter mit Mercedes-Basis, die sehen sich schon relativ ähnlich. Anders ist es bei den Integrierten. Da haben wir beispielsweise auch andere Scheinwerfer verbaut und das ist jetzt einfach nur für euch wichtig zum Wissen, dass ihr euch das im Hinterkopf behaltet, dass das differenziert und ihr einfach so ein bisschen nach der Logik gehen könnt, die ich euch vorher genannt hatte. Da, wo es produziert wurde, da fällt die Garantie an. In dem Fall bei einem Integrierten kommen dann auch noch die Scheinwerfer und das ganze äußere Fahrerhaus dann noch mit dazu. Als Beispiel, dass ihr das einfach so habt, dass ihr vielleicht auch gleich schon wisst, wenn irgendwo was anfällt oder irgendwas defekt sein sollte, an welche Adresse ihr euch dann wendet. Das nächste Thema hatte ich auch angesprochen, war das Thema Dichtigkeitsprüfung. Ihr habt auf alle Fahrzeuge eine sogenannte Dichtigkeitsgarantie. Das ist einfach die Garantie darauf, dass das Fahrzeug dicht ist, denn Feuchtigkeit ist ja bei Wohnmobilen gerade in der Vergangenheit oder bei älteren Gebrauchten ein Thema. Ihr müsst einfach sicher gehen, dass das Fahrzeug dementsprechend schön abgedichtet bleibt, da natürlich auch Holz und so weiter Materialien da mit drin sind. Hatte man bei ganz alten Wohnmobilen in der Vergangenheit da häufig auch Probleme mit Feuchtigkeit, Motrigkeit und dann ist natürlich auch häufig mal irgendwas durchgeschimmelt oder Motrig oder Morsch und darum gibt es die Dichtigkeitsgarantie. Normalerweise und heutzutage sind auch die Fahrzeuge sehr, sehr dicht, also da sollte eigentlich weniger auftreten. Trotzdem habt ihr eine Garantie drauf. Wir haben unterschiedliche Dichtigkeitsgarantien. Für unsere Hersteller kann ich die euch einfach mal kurz nennen. Also die meisten Jahre an Dichtigkeitsgarantie haben wir bei der Firma Leica, da sind es genau zehn Jahre. Ihr müsst jährlich zur Dichtigkeitsprüfung kommen. Diese Dichtigkeitsprüfung kostet bei uns zum Beispiel 120 Euro, ist auch so marktkonform. Also wir sind da relativ in der Mitte, was den Preis angeht und dort wird halt sogenannte Dichtigkeitsprüfung nach Vorgaben des Herstellers dann auch gemacht. Und wenn das euer Servicepartner abgenommen hat oder wenn ihr von dem Hersteller einen Servicepartner habt, der euch die Dichtigkeitsprüfung gemacht hat, dann besteht die Dichtigkeitsprüfung weiter. Bei Leica beispielsweise müsst ihr ein Jahr, nachdem ihr das Fahrzeug bekommen habt, vom Händler machen lassen. Ihr habt da einen Puffer von zwei Monaten vor oder zurück zu diesem genannten Stichtag, wo das dann gemacht werden sollte. Bei Detlefs, Hyma und Crosscamp, da sind sechs Jahre Dichtigkeitsgarantie. Dort ist es auch einmal jährlich. Dort habt ihr eine Toleranz von sechs Monaten plus minus. Das heißt, ihr könnt es bis zu sechs Monate nach dem Stichtag und bis zu sechs Monate vor dem Stichtag machen. Aber ein Tipp von uns, reizt es bitte nicht aus, sondern kümmert euch frühzeitig um einen Termin. Bei uns ist das relativ unproblematisch. Wir kriegen eine Dichtigkeitsprüfung schon gerne auch mal in ein bis zwei Wochen noch schnell unter. Auch teilweise früher. Das ist von Servicepartner zu Servicepartner unterschiedlich. Aber in Mannheim und Wertheim haben wir diese Standards. Wohingegen das bei anderen eben nicht der Fall ist. Da spart ihr euch sehr, sehr viel Ärger, indem ihr euch rechtzeitig darum kümmert. Stellt euch vielleicht einen Termin in den Kalender, dass ihr einfach wisst, okay, meine Dichtigkeitsprüfung ist bald wieder fällig. Bei der Firma Sunlight beispielsweise haben wir sieben Jahre Dichtigkeitsgarantie. Da haben wir auch eine Toleranz von sechs Monaten. Und bei der Firma Niesmann & Bischof haben wir auch sechs Jahre Dichtigkeitsgarantie und eine Toleranz von sechs Monaten. Und dort ist jetzt der einzige Unterschied, das ist der einzige Hersteller, den wir führen, wo ihr diese Dichtigkeitsprüfung alle zwei Jahre machen könnt. Beziehungsweise, dass alle zwei Jahre auch zulässig ist und ihr dann auch die sechs Jahre Dichtigkeitsgarantie auf das Fahrzeug bekommt. Grundsätzlich gilt auch, dass ihr eine sogenannte Pflicht zu einer Gasprüfung habt. Weil in jedem Fahrzeug eine Gasanlage verbaut ist, gilt das sozusagen auch. Das heißt, ihr müsst nach den gesetzlichen Vorschriften in Europa auch eine Gasprüfung machen. Das darf zum Beispiel nur eine Fachwerkstatt machen, die auch einen geschulten Gasprüfer hat. Das haben wir zum Beispiel in Mannheim und Wertheim. Deswegen da auch bitte zu dem Fachbetrieb dann gehen, um diese Gasprüfung alle zwei Jahre machen zu lassen. Ihr kriegt dann eine Prüfplakette, die dann irgendwo am Wohnmobil klebt. Und dann weiß der TÜV-Prüfer auch, die Gasprüfung ist gemacht. Wir haben dazu auch ein Video gemacht, wie diese ganze Gasprüfung zustatten geht und wie es da nochmal im Detail aussieht. Dieses Video findet ihr einmal hier rechts oben. Und da ist einfach nochmal das ganze Prozedere erklärt. Alles in allem erscheint es natürlich sehr umfangreich. Aber ich bin der Meinung, wenn man einmal die Logik verstanden hat, dann kann man es auch auf alles andere anwenden. Man muss nur wissen, wie es ist und man muss vielleicht auch nur wissen, wo man es findet oder wo man es nachlesen kann. Und dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Wenn ihr jetzt unsicher seid, ihr habt jetzt einen gewissen Fall, ihr wisst jetzt nicht, ob das Fahrzeug oder Aufbau ist, dann fragt einfach bei eurem Händler nach. In dem Fall, wenn ihr bei uns gekauft habt, dann fragt uns einfach. Wenn ihr jetzt beispielsweise einen Garantiefall habt für den Fahrzeughersteller, aber auch für den Aufbauhersteller, dann macht es Sinn, das zu einem Servicepartner zu bringen, in dem Fall zu uns. Wir würden uns auch dann darum kümmern, dass die Sachen für den Fahrzeughersteller auch in der Garantie erledigt werden. So kann man da, glaube ich, ganz gut handhaben. Im Zweifel einfach anrufen und nachfragen. Aber so von der Logik her ist es, denke ich, ganz einfältig. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr uns das gerne in die Kommentare unten schreiben. Wir freuen uns selbstverständlich immer über einen Daumen nach oben. Mit den ganzen Videos, die wir machen, ist auch immer sehr viel Aufwand verbunden im Hintergrund. Und wir freuen uns selbstverständlich auch, wenn ihr unserem Channel ein Abo dalasst. Dabei auch nicht die Glocke vergessen, dann werdet ihr über solche Videos benachrichtigt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Tschüssi.